Hallo zusammen, ich bin jetzt gerade fertig geworden mit dem Znacht, es war noch mega fein, ich hatte noch Ravioli mit Salbei und Gurkensalat mit Ei habe ich noch gehabt, es war auch noch geil, wie immer, und jetzt gehe ich raus. Und ich hole mir noch etwas im Kiosk und dann schelle ich es noch etwas raus und dann mal schaue, was ich heute noch vorhabe. Zuerst mal meine Sendung im Sinne, und dann nochmal nach der Sendung noch mal kurz ein bisschen raus und dann ins Zimmer, dann gehe ich Fernsehen schauen und drei.